Mit der Ebersbecher Heizung und Vertriebs GmbH und der Ebersbecher Torgelow GmbH und Co. KG finden Sie hier am Standort Torgelow ein Tochterunternehmen der weltweit agierenden Ebersbecher Gruppe. Was möchten Sie denn da wissen? Die Ausführung müsste mit 25 beginnen. Innerhalb unserer Abteilung Service leistet unsere technische Hotline kompetente Hilfe in allen Fragen rund um das Thema Heizung und Klima. Am Telefon erfahren unsere Kunden hier alles rund um Teilenummern, Einbau, Hilfen und sämtlicher technischer Fragen. Innerhalb unserer Abteilung Operations trägt unsere Auftragsabwicklung zu einer funktionierenden Bestellkette bei. Hier werden Aufträge und Bestellungen telefonisch sowie per E-Mail erfasst und schnell weiterverarbeitet, sodass die Ware zügig bei unseren Kunden ist. In Torgelow alles unter einem Dach. Auftragsabwicklung, Betreuung des Großhandels und der Werkstätten durch Key Account und Area Sales Manager, Service Hotline oder die Entwicklung kundenspezifischer Lösungen für den Sonderfahrzeugbau. Mit der im selben Areal untergebrachten Produktionsgesellschaft versteht sich Eberspecher in Torgelow mit langjähriger Erfahrung am Markt als Kompetenzzenter. Service- und Marketingstrategen sorgen nach direkter Bedarfsanfrage für die Erstellung von passenden Einbaukits. Immer mit Blick auf die neuesten Fahrzeugmodelle. An unserem Printautomaten Alpha 355 S sind wir in der Lage, Leitungen herzustellen, die auf beiden Seiten mit Kontakten und auch Dichtungen versehen sind. Diese Kontakte werden, bevor die Produktion beginnt, an der Maschine verifiziert und halten somit auch den Prüfungen der US-Kunden stand. Die hier produzierten Leitungen gehen später in komplette Kabelbäume. Somit ist der Printautomat sozusagen das Herzstück der gesamten Kabelbaumproduktion. In unserer Kfz-Werkstatt führen wir Mustereinbauten mit Standheizungen durch an Pkw und Transportern. Daraus entstehen fahrzeugspezifische Einbausätze, die gemeinsam mit unseren Kabelbäumen verkauft werden auf dem deutschen Markt, ebenso wie an unsere europäischen Partner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017